So, jetzt müssen wir an der Joe Dex-Baxter, unsere liebe Freundin Julia suchen. Die haben ja gestern erfahren, dass die eine alte Zeitung gefunden hat. Naja, da werden wir mal schauen, nicht? Schauen wir mal. Da, zur Tür gehen. Es ist von innen abgeschlossen. Die Kette ist neu und kann noch nicht lange hier sein. Naja, hat er alles gedacht. Gut. Da kommen wir mal nicht weiter. Das heißt, wir gehen links einmal. Eine Nebentüre. Das schauen wir uns mal an. Das ist eine Nebentüre. Ein Notausgang. Super, das hätte ich ohne die auch gewusst. Das hätte ich ohne die auch gewusst haben, oder? Er ist verschlossen. Okay. Dann sehen wir mal was anderes. Oh. 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 Metallkasten. Hey. Da ist eine Brechstange drinnen. Die nehmen wir doch gut. Für was? Ich wette, für die finde ich noch einen Nutzen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das hätte keinen Sinn gehabt. Das mit dem Schloss. Mhm. Mhm. Da machen wir es gleich mit dem Jolly. Jolly. Jolly Jocker. Gehen wir auch da rein. Ebenfalls. Da von da vorne. Zur Ruhe. Zur geheimnisvollen Ruhe. Ja, wo ist sie denn? Register. Mhm. Mhm. Jemand hat kürzlich dieses Register berührt. Okay. Was du nicht sagst. Zum Glück hat Leo verstanden, dass ich verletzt bin und folgte den Spuren meines Entwürfers. Mhm. Mhm. Ja, für Gefühle. Ja, stimmt. Etwa zur selben Zeit, als ich beim alten Theater eintraf, erreichte Webb das Carlton Motel. Er war bereit, die Herausforderung des Mörders anzunehmen. Mhm. 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 Ich beobachtete den schlafenden Carlton. Ihm kam der Gedanke, dass der Mann seine letzten Stunden in Freiheit genoss. Alles schien ruhig. Ich dachte, ich könnte ungefähr nicht nach dem Hinweis suchen. Sie? Naja, wurscht. Das sind die Marken von diesem Spiel. Aber egal. So. Was müssen wir da überhaupt machen? Das heißt. Mhm. Mal zum Automaten gehen. Oder woanders kannst du sowieso nicht hingehen. Ja doch. Schau mal. Was sagt er denn da? Nichts. Mhm. Ab zu uns Tür. Da fangen wir sich da wie ein Tottel absuchen. So wie gleich man ging zum Automaten. Uh, was haben wir denn da? Der war vorher nicht hier. Sicher ein Hinweis, den der Mörder zurückließ. Der Holzmechanismus. Nein, ich will nicht. Nein, 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 nein. Der Holzmechanismus. Die vier Holzwürfel noch einmal unter den Ende des Mechanismus werden durch Klicken gedreht. Sobald die Würfel in der als richtig erachtete Reitfolge werden, auf der roten Knopf oder unten rechts klicken, um zu bestätigen. Nein, ich will nicht. Hahaha. Haben wir müssen, aber. Ben, ich habe ein seltsames Gerät aus Holz mit mechanischen Zahlen gefunden. Ich glaube unser Hinweis ist hier. Und wenn es eine Falle ist, warten wir bis Hilfe kommt. Wir haben keine Zeit, ich muss gehen. Ah, also gut. Ist der funktioniert? Ja aber ich habe ihn noch nicht geöffnet. ihr müsst jetzt die richtige kombination herausfinden aus diesen bestandteilen wie geht's gut das heißt wir sind waagrecht viel formen ja dreieck zum beispiel dann vier eck drei also vier eck drei eck rote und kreis nachrichten von der scantel nein ich hatte gar nicht so sehen sein ja das heißt aus diesen ist motor eigentlich ich probiere mal diese kombination wir haben es geschafft gut was haben sie gefunden ich frage mich immer was meine frau ein kreuzwort rätseln mag scheiße scheiße ah baxter rief eilig in der zentrale an während er zu seinem auto lief leo erreichte irving dem erzielte was mit web geschehen war leo wiederum berichtete irving stellte schnell einige nachforschungen zu dem theater poster an der schlüssel zu allem war schwarze tränen in diesem augenblick begriffen sie beide wo ich war ich bin ich sie haben mir die augen verbunden ich muss einen ausweg finden ich bin ich sie haben mir die augen verbunden ich muss einen ausweg finden tja leute das machen wir morgen tschau 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 tschau